Das ist Cole. Warum zum Teufel fährt er den Sturmtrupp an? Irgendwas steht da nicht. Okay, knipst die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Beeil auf. Sie können erst landen, wenn es da unten dunkel ist. Guter Schuss. Noch zwei. Mehr davon. Guter Schuss. 1-4. LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Over. Verstanden. Verstanden. Geh nach vorne und sete. Verstanden. Sogar beobacht. 他, was war Nedes 병st der Schuss entwickelt. Verstanden. 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 1-4, hier kommt unsere Position, Infrarot. Verstanden. Wechsel zu Terminansicht. Achte auf die Infrarotweichen. 1-4, wir haben Sichtkontakt. 1-3, mach die Straße für uns frei. Verstanden. Wir müssen für Sichtkontakt nach rechts, over. Gehen, Position. Wir müssen die Straße für Sie säubern. 1-4, sind in Position, over. Verstanden. Rücken vor. Was siehst du, Blackburn? Scheiße. Be alarm. 1-4, warten. Feind voraus. Angreifen, over. Orientiert durch eine Dienposition. Geht nach rechts, für der Straße ist ein Perl auf den Balkon. Schaltet ihn aus. Guter Schuss. 1-4, ihr könnt los. Rücken jetzt vor bis zum OP-Prat. Over. Verstanden. Komm schon, los. Wir sehen uns rund. Okay, sicher. Gehen wir. Gehen wir. Fahrzeug. Runter. Los, die Gasse da vorne. Komm. Du zuerst. Ich hebe dich drüber. Ich hebe dich drüber. Ich hebe dich drüber. Ja, mac. Das ist ein Typ, der die Straße beobachtet. Okay, mir nah. Schnell, bevor sie zurückkommen. E-Misfit 1-3 sind bei Treffpunkt Bravo. Verstanden. Wir warten in der Nähe. Zwei PLA-Soldaten versperren den Weg. Schaltet sie aus. Over. Verstanden. Guter Schuss. 1-4. Ihr könnt losgehen. Verstanden. Gehen jetzt los. Gib ihnen Deckung, während sie laufen. Bleib in Deckung, wenn du da unten bist. 1-3 wartet. Weitlicher Konvoi. Platongröße. Komm nicht zum Fremdruck durch. Verstanden? Verstanden. Roger. Haben verstanden. Sucht Alternative Route und du zu Fremd von Charlie. Out. Verstanden. E-Mail. Verstanden. 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 Es wird 3.1, feindliche Fachpatrouille kommt auf euch zu. Verstanden? Roger. Haben wir standen. Lass ihn jetzt. Nimm dein Messer. Scheiße. PLR. 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 Ich kann nicht! Komm! Im Englisch, auf der rechte Seite. Da hoch. Komm hier vorhin! Komm hier! Dann mal los. Da, die Treppe. Wir können zur anderen Seite des Blocks rüber. 1-3, schwingt euren Arsch sofort rüber zum Kaufhaus. Verstanden? Out. Schreit Kaufhaus ins verfickte Funkgerät. Können Sie ihnen auch gleich eine Karte für den Hinterhalt zeichnen? Okay. Das ist auf der anderen Seite der Gebäude hier. Wir kürzen hierdurch ab. Scheiße. Halt dich bereit. Ach, du Kacke. Das ist es. Das ist der Scheißraum. Hier haben sie es gemacht. Oh, scheiße. Misfit. Hier Misfit 1-3. Ich bin am Treffpunkt Delta. Hier ist was. Verstanden? Geht's auch etwas genauer, 1-3? Ich habe Beweise vor mir, dass an dieser Stelle Corporate Miller exekutiert wurde. Kamera und alles andere. Passt zur Beschreibung. 1-3, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke sofort ein Team los. Vielen Dank. 1-3, die First Marine Division hat gerade das Ostviertel erobert. Die Schlacht um diese Stadt ist so gut wie zu Ende. Beenden wir sie heute. Verstanden. Verstanden. Sie können. Warte auf Sie. Verstanden. Verstanden. Set up! Was ist das? Okay, gesichert. Gehen wir. Das ergibt jetzt alles einen Sinn. Cole will Al-Bashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren, Captain, und will den Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf eine Beförderung. Elender Arschkriecher. Blackburn, Capo, hier drüben. Sind 200 Meter vom Zielgebäude entfernt. Müssen wir uns jetzt raus. Ja, das ist meine Leuchten! Wenn die Kacke am Dampfen ist, nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt. Das ist eine Leuchte. Was ist eine Leuchte? 못 Sie? Ja, gut. Wenn der in den kleinen Jungen ist, ist die Leuchte. Wir lassen uns dort auch ein Blatt. Das ist die Leuchte. Ich muss die Leuchte. Wir lassen uns zu ärgerieren. Dass die Leuchte. Und die Leuchte muss ich sprawen. Das ist das. Das ist die Leuchte. Man muss die Leuchte erhalten. Es ist die Leuchte. Die Leuchte hinterher. Das ist eure Leuchte. Okay, Update. Blackburn, Campbell, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhaus-Eingang. Wir haben jetzt Al-Bashirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Bashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei den Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir's an. Wir gehen rein! 1-4. 1-3 geht in Position. Verstanden. Gehen jetzt los. Geht Deckung berichtet. Out. 1-3 in Position und bereit. Over. Wir stecken bei der Mauer fest. Rechte Seite vom Hausenhof. Eine Wache arbeitet da an. Einem Generator oder so. Verstanden. Haben Sichtkontakt. Blackburn, schieß, wenn du bereit bist. Guter Schuss. 1-4 auf der Straße. Rückt vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Das Gebiet ist sicher. Dann vergesst das. Scheinwerfer, Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Rücken weiter vor. St. Thermobel zeigt zwei Atemens im Erdgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehmen uns zuerst das Linke vor. Merkowitsch, nimm einen Mann und bleib draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden. Verstanden. Brechen gleich auf. Halte Blindgranaten bereit. Los, Los. 1-3. Hier 1-1. Habt ihr Sichtkontakt? Wir sehen hier unten rein gar nichts. Verstanden. Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Erdgeschoss. Erdgeschoss. Erledigt. Position 1 ist sicher. Rücken vor zu Position 2. 12 Uhr. Obere Stockwarten. Nächstes zieht. Blattgranaten bereit. Los, Los, Los. Scheiße, das war knapp. Schütze unten rechts. Giebeldach. Sie sehen. Zum nächsten Mal. Schnell. Schnell. Laster rollt an. Linke Gebäudeseite. Knall ihn ab. Fuck. Noch mehr Feinde. Scheiße. Sie kommen auf uns zu. Auf den Faustenhof. Schnell sie ab. Scheiße. Panzerfaust auf dem Dach. Schnapp dir den Huchensohn. 4-1-1. Geht um Deckung. Fahrzeug kommt von rechts. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Geht um Deckung. Das Hauptstil kommt aus der Garage. Haltet den Wagen auf. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Rechts ist ein Erdgeschosses. Scheinwerfer. Verdammt. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen ihn aufhalten. Kopf runter. Ganz 건데! Wir müssen ihn aufhalten. Kopf hoch! Wir müssen ihn aufhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Los, los, lauf! Untertitelung des ZDF, 2020 Los, lauf! Untertitelung des ZDF, 2020 Los, lauf! 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 Los, lauf!